Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülzhoff. Es liest Sabine Falkenberg. Der blaue Montag kam in Aufnahme, und wer ein paar Thaler erübrigt hatte, wollte gleich eine Frau dazu, die ihm heute essen und morgen hungern helfen könne. Da gab es im Dorf eine tüchtige, solide Hochzeit. Und die Gäste durften mehr erwarten als eine verstimmte Geige, ein Glas Brandwein und was sie an guter Laune selber mitbrachten. Seit früh war alles auf den Beinen. Vor jeder Tür wurden Kleider gelüftet und beglich den ganzen Tag einer Trödelbude. Da viele Auswärtige erwartet wurden, wollte jeder gern die Ehre des Dorfes oben halten. Es war sieben Uhr abends und alles in vollem Gange. Jubel und Gelächter an allen Enden, die niederen Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, roten und gelben Gestalten, gleich Pfandstellen, in denen eine zu große Herde eingepfercht ist. Auf der Tenne ward getanzt. Das heißt, wer zwei Fuß Raum erobert hatte, drehte sich darauf immer rundum und suchte durch Jauchzen zu ersetzen, was an Bewegung fehlte. Das Orchester war glänzend. Die erste Geige als anerkannte Künstlerin prädominierend, die zweite und eine große Bassviole mit drei Seiten von Dilettanten ad libitum gestrichen. Brandwein und Kaffee in Überfluss, alle Gäste von Schweiß triefend, kurz, es war ein köstliches Fest. Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock und machte sein Recht als erster elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Seite mit großer Kraft und vielem Anstand. »Johannes!« rief er gebieterisch und herantrat sein Schützling von dem Tanzplatze, wo er auch seine ungelenken Beine zu schlenkern und einst zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen, gab durch eine stolze Kopfbewegung seinen Willen zu erkennen und trat zu den Tanzenden. »Nun lustig, Musikanten! Den Papen van Istrup!«